servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal am mittwoch startet die zweite season von dragonflight also wenn ihr dieses video seht dauert es nicht mehr lange dann können wir uns wieder in mythisch plus abenteuer und den raid stürzen passend dazu wird blizzard ein neues klassentuning online bringen das haben sich über das wochenende hinweg angekündigt daher auch jetzt das video mal wochenende terminplan und so weiter schon voll bevor wieder jemand meckert außerdem kann man sich finde ich immer ein bisschen besser merken wenn man es nicht schon zwölfzig tage feuer posten sondern kurz bevor es dann letzten endes auch so weit ist aber gut wir kommen zu den anpassungen wir haben insgesamt acht specks fünf klassen dabei und unter anderem wer sich freuen darf sind eulen die gebufft werden palace kriegen einen kleinen nerf und so weiter und so fort alles in allem gucken wir uns das jetzt an und los geht die geschichte als erstes haben wir den dämonenjäger da haben wir erst mal verwüstung auto attacks zehn prozent mehr schaden dämonen bis dämonen klingen und teufels klinge machen zehn prozent mehr schaden und das talent isolierte beute erhöht den schaden von augenstrahl zukünftig um 30 statt 25 link zu dem text dokument zu der webseite ist auch noch mal in der video beschreibung und wie bereits erwähnt das ganze geht ab dem zehnten fünften online dann haben wir rachsucht abscheren zehn prozent mehr schaden gleiches gilt für fraktur seelenschnitzer macht sogar 20 prozent mehr schaden fokussiertes spalten erhöht den schaden von seelenspalter auf eurem main target um 40 prozent und seelenschmettern trägt den debuff gebrechlichkeit für acht statt wie vorher fünf sekunden auf eurem main target auf was letzten endes ein bisschen mehr sehr viel für euch gibt dann kommen wir zum gleichgewicht droiden da hatte blizzard im original noch eine kleine anmerkung dazu gepackt es war halt so blizzard wollte er mit den grundsätzlichen änderungen bei der eule davon weg dass man im single target trotzdem zorn gecastet hat auch wenn man in der mondfinsternis war das war ja in patch 10.0 so also zorn war eigentlich in allen single target situationen besser und das hat halt die spielweise eigentlich ein bisschen auf den kopf gestellt da du ja in der finsternis den jeweiligen spell drücken sollst und nicht immer nur zorn deswegen gibt es jetzt noch mal ein paar anpassungen erstmal ein nerf für zorn im allgemeinen generiert nur noch acht statt zehn astrale macht und verursacht insgesamt fünf prozent weniger schaden ohne alle boni das wird aber dadurch auch wieder ausgeglichen dass zorn in einer sonnenfinsternis 40 statt 20 prozent mehr schaden macht und seele des waldes die astral power generierung durch zorn während der sonnenfinsternis um 60 statt 30 prozent erhöht also allgemein wird zorn abgeschwächt damit es nicht mehr so gut ist dass es auch in der mondfinsternis durchcastet aber in der sonnenfinsternis wird zorn noch mal eine ecke besser so dass das diese effekte ausgleicht und ich könnte mir sogar vorstellen dass das alles in allem das ganze ein bisschen besser macht den spell aber das müssen wir noch mal abwarten dazu gibt es noch einen kleinen single target buff der bewohner des traums also diese feendrachen die da beschworen werden machen 25 prozent mehr schaden gefühlt auch der 37 buff in den letzten wochen für das talent kriegen sie wirklich auch nicht so hin und freund der fej erhöht euren schaden zukünftig dann um 10 statt acht prozent also solange dieser drache oder wenn der drache beschworen wurde kriegt ihr den buff dann für 20 sekunden können immer auch mal mehrere spawnen also je nachdem vorher waren es halt 30 sekunden aber man hat trotzdem eine ganz gute uptime auf dem gedöns dann haben wir den kätzchen droiden wildheit unbändige wildheit verursacht 30 statt 35 prozent des schadens von wilder bis auf umliegende gegner und wunden aufreißen macht 50 statt 60 prozent des schadens von zerfetzen nehmen wir einfach mal so mit vom wildheit droiden habe ich keine ahnung wieder herstellung schaden und heilung egal von was alle fähigkeiten und so weiter um zwei prozent erhöht also flat out damage und heilungs buff dann haben wir einen nerf für den heilig paladin aller schaden und heilung werden hier um drei prozent verringert gilt nicht im pvp das war wohl weil der holy im pve ziemlich ziemlich stark war was ich bisher gelesen hatte und dann noch kreuzzug der vergeltung ebenfalls genervt statt 575 prozent des schadens werden 500 prozent in heilung umgewandelt sehen wir hier also von kreuzfahrerstoß und richturteil klingen schneller ab und heilen bis zu fünf verletzte verbündete um 575 prozent des verursachten schadens das sind dann jetzt 500 prozent beim nebel worker mönch essenz bohren um 15 prozent gebufft und zu guter letzt haben wir den schurke täuschung da haben wir die talente schleier berührt tiefere dolche finstere mischung die haben teilweise so wie hier jetzt erhöhen euren verursachten schattenschaden um 10 prozent eure fähigkeiten verursachen mehr magie schaden und so weiter das die oder diese schadens boni die da jetzt mit drin sind beziehen sich wirklich nur noch ausschließlich auf die fähigkeiten des schurken also klassen und spec fähigkeiten da war es wohl teilweise zum beispiel schattenschaden weil ich konnte das mit vz oder sonstigen krams was es halt noch so gibt fernab der klassen fähigkeiten da hat blizzard explizitzen zugefügt dass es jetzt nicht mehr auch für andere quellen gilt dafür machen aber alle fähigkeiten des täuschungsschurken vier prozent mehr schaden ich denke das ist ein fairer austausch damit sind wir durch danke an euch fürs zusehen mal gucken ich denke es werden nicht die letzten klassen anpassungen gewesen seien zumindest nach dem raid denke ich wird auf jeden fall noch mal was kommen also nach der öffnung des raids da sieht man das ja noch mal ein bisschen besser danke fürs zusehen lasst ihr gerne ein like und ein abo da küsschen dafür falls ihr es noch nicht getan habt sehr gerne nachholen damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal